Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Wochenendwetteraussichten. Es sieht relativ ruhig aus bei uns am Wochenende, denn wir liegen unter Hochdruckeinfluss. Das ist zu dieser Jahreszeit allerdings nicht immer gleichbedeutend mit Sonnenschein, sondern die Hochnebelneigung wird immer größer. Es ist dann eben doch mal grau statt blau am Himmel. Zunächst der Blick auf den heutigen Nachmittag und den Abend. Da sehen wir, es ist noch einiges an Regen erst einmal unterwegs, gerade in Bayern und in Sachsen. Vereinzelt auch im südöstlichen Niedersachsen und an der Nordsee gibt es ebenfalls noch einzelne Schauer. Aber diese Regenfälle lassen danach im Laufe der Nacht insgesamt noch starke Bewölkung im Südosten und im Nordwesten größere Aufklärungen und dadurch gibt es große Temperaturunterschiede. Im Südosten geht es zurück auf 8 bis 4 Grad und im Nordwesten eben auch einmal bis auf den Gefrierpunkt oder auch knapp darunter. In Verbindung mit Nebel kann dann auch schon mal Reiflätter auftreten. Da muss man aufpassen in den frühen Morgenstunden. Auch Hochnebel kann sich bilden. Das wird hier angedeutet, kann allerdings auch einmal in anderen Regionen vorkommen. Dementsprechend dauert es morgen teilweise etwas, bis die Sonne herauskommt. Und vor allem ist es unter diesem Hochnebel erst einmal relativ kalt, da die kalte Luft am Boden eingeschlossen ist. Die Höchsttemperaturen morgen im Norden bei 8 bis 11 Grad, im Süden auch einmal Temperaturen von 15 bis 16 Grad. Allerdings auch erst dann, wenn sich die Sonne mal durchgesetzt hat. Allgemein gibt es stärkere Bewölkung im Süden, in Baden-Württemberg und in Bayern. Das auch nochmal verursacht hier durch dieses Mittelmeertief, das sich dort relativ zäh hält, in Richtung Norden dann meist geringe Bewirkung oder eben nur hohe Schleierwolken. Die Temperaturen am Sonntag im Norden bei 10 bis 13 Grad, im Süden sind auch 14 bis 16 Grad möglich. Und dann wird der Föhneffekt noch einmal einsetzen. Und der wird dafür sorgen, dass die Temperaturen auch zu Beginn der kommenden Woche, gerade so im Alpenvorland, teilweise eben auch bis in die Lausitz mal Werte von 16 bis 18 vielleicht auch 20 Grad annehmen können. Ansonsten wird die Hochnebelneigung gerade in Norddeutschland relativ hoch sein. Dieser Hochnebel löst sich dann teilweise im Laufe des Tages gar nicht auf. Das war es erst einmal von den Wetteraussichten. Mehr Informationen gibt es natürlich unter wetter.net.